Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern, als ein Atom. Die Wissenschaft ist eine wunderbare Sache, wenn man nicht seinen Lebensunterhalt damit verdienen muss. Wenn die Menschen nur über das sprechen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Wer es in kleinen Dingen mit der Wahrheit nicht so ernst nimmt, dem kann man auch in großen Dingen nicht vertrauen. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Der Sinn der Dummste Der Sinn der Dummste Untertitelung. BR 2018